Marudensanke Sakai Fischfarm, Sansai, 63 cm, weiblich. Guter Fisch, wird groß, hat gerade die Entwicklung vom Sumi, sieht man hier, kommt an verschiedenen Stellen. Schöner Marudensanke, 63 cm für drei Jahre, ist ein gutes Maß. Also kann durchaus 80 cm schaffen, muss man schauen, wie wir sich entwickeln im nächsten Jahr. Die Fischer, die sind jetzt da seit Mitte November, 18. und wir fangen jetzt das Füttern an, also richtig das Füttern, die gehen jetzt mittlerweile zweimal am Tag. Und das wird gesteichert auf drei, viermal am Tag, also muss man mal schauen, wenn wir ein wenig Body dran haben, dann sieht er schon ganz anders aus. Also sehr guter Fisch, Sakai Fischfarm, drei Jahre, 63 cm, weiblich. Ist gerade, also stellt sich auch ein wenig verkrampft rein, deswegen haben wir mal ein wenig geklopft, dass die locker werden. Also Vielen Dank.